Servus! Heute zeige ich euch ein Fireteam und SBR-Felgen, Chassisplatte, Riebelgehäuse, Radträger, Chassisbrace vorne und hinten, Querlenkerhalter, Servohalter, Lenkung, hintere Querlenker einstellbar, natürlich auch SBR-Reifen dafür. Zweiten Käfig und der AWX hat uns die Paneele lackiert. Jetzt packen wir das Ding erstmal aus, ich habe noch gar nicht reingeschaut. Anleitung, Aufkleber und Funke. Schön. Oh, da hat sogar Handbremse. Ich habe noch was vergessen, was wir einbauen. Mach 6 G24990 1650 KV 8S Power. Jetzt fangen wir mal an, bauen den ganzen Kram hier raus, Chassisplatte tauschen und auf geht's. So, das schwierigste habe ich geschafft, die Teile auspacken. Zwei Felgen habe ich schon mal fertig. SBR 2.0. Die sind echt super. Ich habe den zweiten Käfig schon mal zusammen genagelt. Das habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Das ist alles nach Anleitung. Das geht sowieso nur in eine Richtung und so weiter. Also easy peasy. Und nun machen wir mal in dem Fireteam Platz für das alles. Niegelnagelneues Auto. Es ist immer schön ein brandneues Auto aus dem anderen zu nehmen. Schrauben sind alle raus. Jetzt kommt der große Moment. Aha. Niegelnagelneue Platte. wird ausgetauscht. Aber vorher müssen wir noch ein paar andere Teile erledigen. Und zwar bauen wir die Hinge-Pin-Halter ein. Teile Nummer eins. Vorne auch. Lenkung fliegt auch raus. Mal der Vergleich. Hier sind Messinghülsen drin. Die von Wüterbohrn ist komplett kugelgelagert. Dieses Teil. brauchen wir nicht. So sieht das nun aus. Aluminium 7075. Nice. Dann schrauben wir mal die Lenkung ein. Die Frosten können wir schon direkt reinschieben. Vorderachse kann wieder ans Chassis. Dann die Lenkung von unten festschrauben. Und das sieht schon gut aus. Vorderen Bumper können wir auch schon wieder festnageln. So dann schraube ich mal die Seitenteile an, damit ich hier wieder ein bisschen Platz habe auf dem Tisch. Sauber. Dann die vordere Chassis-Brace. Servohalter. Dann bauen wir mal den Motor ein. Ein richtig schöner, fetter Motor. Und ein richtig geiles Getriebegehäuse. Dieses Getriebegehäuse ist ein bisschen tricky. Ich habe schon mal die Schrauben rausgenommen. Die beiden Abdeckungen raus. Jetzt können wir hier den Motor Schlitten rein und raus fahren. Die Kabel müssen nach oben zeigen. Und der 4990 hat zwei Lochkreise. Und der Schlitten hat auch zwei Lochkreise. Jetzt müssen wir den Lochkreis finden. Der passt, damit die Kabel nach oben hin raus schauen. Ich habe mich für ein 18er Ritzel entschieden. Und das originale Hauptzahnrad. Kann man perfekt einstellen. Wunderbar. 〝 Wie kommt das? Ich schserere Dinge auf. Ich gehe beim Fre punchingchen. I! Ich komme dich umgein�enten. Är der апparation mit Tagesasin Natura ab. Das war's für heute. Das war's für heute. Sollte So weit sind wir. Elektronik ist drin, alles ist angeschlossen und jetzt machen wir weiter und bauen die Hinterachse ein. So weit sind wir. So weit sind wir. Jetzt noch die Radträger ein und dann war es das mit unserem Fireteam. So weit sind wir. Und eine Seite fertig. So es ist vollbracht, Radträger sind dran, die Dinger, Chassisplatte, Getriebe, die Combo, alles ist fertig. Jetzt schmeißen wir die Felgen drauf und dann machen wir eine kleine Probefahrt draußen. Andi, fahr vorsichtig. So weit sind wir. 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 Bis zum nächsten Mal.